Musik Moin moin, liebe Jungs, ähm, Mädels, ähm, ja, wir sind wieder back, we are back in the game. Ja, wie ihr seht, haben wir einen kleinen Sprung gemacht, leider. Lässt sich nicht ändern, ähm, dass da eine Fehlermeldung kam. Das, was, weiß, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendeine Fehlermeldung halt und, ähm, daher sind jetzt ein paar Minuten leider verstrichen, maximal 10 Minuten oder so, 6 Minuten oder so vielleicht. Ähm, die jetzt nicht da sind, da ist nicht großartig, was passiert. Ähm, ärgerlich, müssen sich ändern. Mal fangen wir jetzt von vorne an. Äh, ja, ich hab noch was für dich, Christian. Ich brauch noch Fackeln. Ja, die brauch ich auch noch, aber ich hab noch was anderes für dich. Was denn? Oh, ja. Yay. Ich war nämlich fleißig. Danke. Haha. So. Hab ich auch schon mal ne halbe Rüstung so. Haha. Ja, mehr Eisen hab ich grad nicht. Der war doch wohl langweilig, ne? Alter, hier. Ich will dein Ding schon nicht. Äh, warte mal, ich brauch mal hier... Ohne Fackeln. Ich mach mal ein paar Fackeln für uns. Ich gebe dir dann wieder die Hälfte ab. Ok, ich hab ein paar zu viele gemacht, ich bin verklickt, egal, was man hat, 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 ne, ich geb dir jetzt einfach mal 32 Stück, und warte, warte kurz, und 10 Stück nochmal, so, und den Rest pack ich in die Truhe. Ok, ich hab einfach nicht zu viel gemacht, das hier ist auch noch Cola, also hier haben jetzt nicht, 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 keine mehr, ich hab grad Bildstück gelabert, also 64 Stück liegen jetzt noch in der Truhe, ok, das hier ist mal geklärt, da muss ich glaube ich gleich auch, dricks Digga, eh, ja, wie oft bist du jetzt schon gestorben? Weiß nicht, wie wir fahren, aber, ist ja auch egal, ne? Joa. Zum Weiter, ne, 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 ne? Ich muss dringendwas zu futtern. Ehhh. Ehh. Ehh, nicht so langsam auch. Haben wir noch Knochen? Ich glaub wir haben vorne. Doch, Knochen haben wir, wir haben sogar noch einser haben, das ist gut, und warte, wo ist dieses Dreck King? Wtf, wo ist diese Dings? Hast du die im Inventar, so ne kosche Stein, so ne Gras-Dingsbums, ich pflanze Gras-Ding? Ich hab nur ne Fichtern-Slinge. Was? Fichtern-Slinge hab ich hier nur. Ja, pft. Soll ich denn damit? Soll hab ich denn nicht. Und einmal hier, äh, Pflaster-Feine. Muss ich die halt neu bauen. Toll. Wie viel fällt mir heute? Ne, doch nicht. Hake, oder wie sie heißt. Hacke, genau. Nennen sie Hacke in Minecraft. Jetzt machen wir noch die Decke anders. Oh. Da war's nicht spinnig. What does the fuck mean? Das war nur eine ganze Eisenrüstung. Nur halt den Kram, den ich anhatte. Den schmeiß ich jetzt mal eben weg. Ähm. Und hier kommt dann noch das restliche Eisen rein. Ich glaub, ich mach das jetzt gleich nochmal alles richtig. Sieht mir voll behindert aus. Wie? Du meinst, dass du den Stein brennst, oder wie? Ja, mach das doch. Die Stein brennen grad die, 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 die Dingsbums, die. Es wird langsam ein Tag. Langsam. Trau ich mich da runter? Toll. Da war ne Spinner. Ey, das machst du mal. Ne, ich muss in den Keller. Tschüss. Oh, so ein Dreck, ey. Dein Ernst. Das war ich nicht. Das war schon so. Ja. Das machst du wieder heil. Ich mach da nix. Ich mach die Decke. Was? What the hell, ey. Ja. Wieso ist denn der Zaun weg? Ey, seit wann ist denn der Creeper so behindert? Ich hab dich jetzt mal ausgesperrt. So, bleib erstmal draußen. Was willst du gehabt, Herr, machen? Ey, du sollst da draußen wieder... Guck mal hierher. Hallo. Hallo. Du machst da draußen jetzt erstmal wieder alles. So lange kommst du hier nicht mehr rein. Was? Ja, ich mach hier schon. Ja, Mama. Mami. Ich brauch Wasser. Meine Nase juckt. Ich dachte gerade hier piept ein Rauchmelder. Ich auch. Irgendwie so vom Geräusch her, ne? Wie war denn das hier? Ich hab nur noch eine Tür. Ist das schlimm? Äh, da waren mal zwei Türen. Was ich besser aussah. Da füht an der Wache über Holz. Hier vergehen ungefähr so drei Stück. Und bis ich da eigentlich. Ich hab kein Holz mehr. Ich hab nur noch siebenmal Zaun. Ja, Zaun konntest du hier immer verwenden. Machst du das hier draußen wieder schön. Ach, ich soll jetzt deine Arbeit machen. Was du da kaputt gemacht hast? Ich war das nicht. Das war der Creeper. Creeper. Du lässt hier auch in der Erde rumliegen überall. So, verpiss dich. Ich mag dich nicht mehr. Du hast meine schöne Arbeit kaputt gemacht. Weißt du eigentlich, dass du dich ganz schön pödel hast? Äh, ja. So, dat. Dat, dat. Which? Irgendwie sieht das hier gerade behindert aus. Aber egal. Wer ist behindert? Du bist behindert. Ob du behindert bist, ist die Frage. Ob du behindert bist, ist die... Nicht so laut. Ist ja schon spät, ne? Ja. Gleich dran, zwei Uhr. Oh, Schneewelt. Oh, wie schön. Ich seh immer wieder was futtern. So, ich hab nichts zu futtern. Nein! Ich hab Knochenmehl. Äh, coolst du mal ein bisschen Holz? Das wär immer sehr nett. Ja, nö. Doch. Du hast dich schon alles kaputt gemacht. Ja, mach ich gleich. Wer alles schon kaputt macht hier, der muss auch was holen. Von jetzt fehlt dir schon wieder ne Treppe. Nö, du bleibst draußen. Ist das scheiße, ist das scheiße. Ähm, was wolle ich jetzt machen? Ich weiß es nicht. Wollten wir das hier nachher mit bunter Wolle machen? Wenn wir mal Schafe finden? Was? Wollen wir das hier oben mal halt dann bunt machen, wenn wir Schafe finden? Denn eigentlich können wir ja hier bleiben, oder? Denn wir bauen ja hier schon jetzt alles. Äh. Was hast du gesagt? Was willst du bunt machen? Hier oben, den Raum. Können wir machen. Wollen wir dann jetzt hier bleiben? Ja, also grundsätzlich bleiben wir schon in der Nähe. Äh. Da war was in meiner Luft. Irre. Vielleicht wollte ich eigentlich hier in der Nähe bleiben. Aber irgendwie so ne Schlossburg mäßig bauen. Ich bringe Holz mit. Ne, das brauche ich jetzt nicht. Meine Axt ist krass kaputt gegangen. So, ne. Hallo. Wie soll ich jetzt hier hochkommen? Hör doch, wie es wollte, ey. Ja, geht doch. So, pack mal Holz da rein. Packst du jetzt das Holz da rein? Ja, du machst hier erstmal Brot. Ja, ich hab nichts zu essen. Hallo, ich brauch Brot. Ich rück hier Brot mehr. Was? Was ist Holz? Ich ja. Wie viel hast du mir denn jetzt hier gegeben? Neun! Ja, meine... Meine Dingsbums ist kaputt gegangen, Junge. Junge. Junge war's lotz. Ich brauch mal Holz. Ach, ich hatte ja noch Holz. Ups. Ich bin ein dummes Kind. Ich heiß Christian. Ich hab mir eine Holzspitzhacke gemacht, statt eine Holz-Axt. Hä, der lebt noch? Verarschen. Ey, weh, du tötest mich. Für eine Hilfe. Hier ist ein Skelett. Einsatz für... Skelett... Skeletti. Handwerker. Truhe. Zollstock. Minus. Eins, zwei, drei. Was? Du bist zu behindert. Ich? Ja. Wieso ich? Ich bin da jetzt noch mal. Ja, vielleicht. Wer glaubwird selig? Ja, was für dich? Was dann? Liegt da. Ah, jetzt brauch ich auch nicht. Ich brauch mal Essen. Ja, das brauch ich auch. Hier ist noch ein Skelett. Ja, das brauch ich auch. Ah ne, das hab ich doch... Ich schieß auch nicht. Hier sind voll viele Schweine. Was denn? Warum sind hier so viele Schweine? Haben wir ja schon Schafe gesehen, ne? Nö. Ich würd jetzt sonst mal ein Bett machen zusammen. Irgendwie, dass wir wenigstens was bohren. Weißt du? Ein Bettpuppens? Solange wir nicht gute Volle haben, geht das halt nicht. Nein, normalerweise schlafen wir nicht in einem Bett. Wieso? Warum nicht, wenn ich nicht mein Schwert? Ein Schwert hab ich. Hier ist ein Schaf, aber nur eins. Ich spreche erstmal meine Sachen. Worauf reagieren Schafe nochmal auf Weizen hab ich nicht. Scheiße. Ja, bring mal Futter mit. Ich hab Hunger. Ich bin dabei. Hier ist ein großer Fluss. Hier ist ein großer Fluss. Und jetzt umsteigen. Was von dem ist ... Wir haben nicht so viel Brot. Ich könnte das Schweine jetzt und dann kommen wir jetzt wieder nach Hause. Und ein bisschen ... Ein bisschen Heus noch mitnehmen, oder was? Ja. Ich hab nämlich nix mehr. Und ich muss hier oben noch. Ich brauch ne Treppe. Ich brauch ne Treppe. Ich hab ja momentan gar nicht so viel Brot zu bauen. Also doch, irgendwie so. Wenn ich jetzt alle Materialien schon hätte, weiß ich nicht. Ganz viel ... Stein oder so. Ich komm nicht mehr raus. Ich würde jetzt sofort anfangen ne Burg zu bauen. Nur irgendwie so ... So, 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 so. Dummes Ding. Weiß ich nicht. Naja, das ist ja nicht dumm, aber ... Das ist halt am Anfang. Hast du heute? Ja, hab ich. Aber nur fünf Stück. Ja, dank dir erstmal. Verabredet oder unverarbeitet? Ist egal. So, hier ist wieder hergestellt. Wie schön. Oder hier drinnen liegt noch ne ... Tür. Wo liegt ne Tür? Besten Dank. Die braucht dich. So, jetzt gib mir mal Puder. Im Ofen. What does the fuck sein? Was? Ach egal. Der Rest. Warte. Wie viel hast du jetzt? Ich hab null. Wie null? Ich hab kein einziges Stück Fleisch. Da ist doch eins in der Hand eben. Ja, das ist auf einmal weg. Okay, dann ist der Rest auf jeden Fall für dich. Wie viel sind da jetzt drin? Drei Stück, ne? Und vier. Ähm. Ja, wie machen wir das jetzt hier unten? Die eine Etage. Lassen wir die so, oder? Mh, egal. Was? Wie machen wir die eine Etage hier unten? Mit den Truhen. Noch größer oder so'n Kram? Ja, größer machen, oder? Ja, irgendwie schon so müssen wir das. Oder ein Tick weiter nach unten. Weil das hier ja relativ eng ist. So, voll. Ja, können wir auch machen. Dann würde ich nämlich hier auch da... Wenn das mit den Stufen dann wieder hinhaut. Dann muss ich hier einmal halt runter gehen. Oh, hier was anderes. Komm schon, komm, diese hässlichen Skelette wieder an, ey. Komm, ist mir in der Höhle, ey. Wehe, ich finde hier jetzt kein behindertes... ... die Amantenzeug, oder so was. ... die Amantenzeug, oder so was. Ich habe kein Stein mit. Natürlich ist ein bisschen doof. Kleinen Panikraum gebaut. So, was wollte ich jetzt? Habe ich schon eine Treppe dabei? So, dann machen wir das schon mal so. Ja, heute machen wir mal eine bisschen längere Folge. Ja. Da das ja mit der Einfolge nicht so geklappt hat. Und ich habe Diamanten gefunden. Dann bringen sie hoch. Oh, gleich ein bisschen mehr sogar. Eins, zwei, drei, vier, fünf oder so oder sechs. Ich habe vergessen zu sehen. Und Eisen direkt dahinter. Warte mal. Ja, ich dachte gerade. Also fünf Diamanten habe ich gerade gefunden. Okay. Und halt ein bisschen Eisen. Eigentlich ganz gut. Erstmal sparen wir uns das Gold auf, oder? Ja. Ja. So. Dann bleibe ich das erstmal da so. So. Soll ich hier auch noch eine Tür machen, oder? Weiß ich nicht. Ja. Soll ich den da lassen, oder nicht? Ich nehme ein bisschen Kohle mit. Wir müssen. Faken. So. Ähm. So. 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 das Ding muss ich dich ertragen, ey. Hm. Probegesicht, ey. Okay, da habe ich schon. So. So. Das machen wir mal hier weiter. Da, da, da. Äh. Ja. Am 13. dieses Monat. Ne. Des nächsten Monats, ne? Ja. Also noch nächster Monat. Ähm. So am 14. Was hast du da vor? Drei... Müsste ich gucken. Das ist am Wochenende. Eigentlich noch nix. Ja. Ist auch gut so. Dann hast du jetzt was vor. Hier wieder, ne? Ne. Sondern. Bei uns am Lieblings... Dingsbums. Du weißt schon. Was? Er hat in der Höhle gefallen. War uns dein Lieblingsding da? Ja. Genau. Ich weiß gerade, wie ich sehe es anders. Nein, da gehe ich jetzt nicht hin. Warte kurz. Ich muss mal eben hier... Bisschen aufräumen in der Höhle. Äh. Die Kisten lass ich mal da oben so schweben, ne? Also. Ja. Erstmal. Ja. Relativ Eisen gefunden. Oh. Ich mach die ganze Zeit nur das eigentlich hier unten. Ist ja auch okay. Ist ja auch wichtig, ne? Bäh. Du machst die Schöne-Arbeit, ich mach die Trezza-Arbeit. Welche Schöne-Arbeit, Junge. Farben, mehr Farben hat nicht Spaß. Ich muss einfach gleich ne Runde Clash of Clans. Guck, wo mein Dorf angegriffen wurde. Von mir bestimmt, ne. Du spielst jetzt sowas nicht. Stimmt. Ich bin hier irgendwo rein gefallen und hab mir das nicht markiert. Da. Ja. So. Der Raum ist auch fertig außer da oben. Drei Pfeiler hab ich. Drei Pfeiler. Da. 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 Skelett versteckst dich in der Ecke, du Arschloch! Kommt raus, ich bin bewaffnet. Du Scheiße, ey. Du kleines Stück Scheiße. Äh, 13.14, Dana. Das, was wir am Mittwoch machen. Das, was wir am Mittwoch machen? Ja, richtig, Mittwoch, Abend. Ach so. Mhm. Wo ist das hier, großes System, ey, ich bock mir. Ach, Didi. Ja. 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 Wenn's rein muss. Ja, 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 ja. Kann mir letztlich auch viel Spaß behalten. Ja, 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 ja. Jetzt freut er sich erst recht. Jetzt weiß er, was passiert. Ne? Ah, spitze. Hier, ich mach nen Freund von mir. Yay, yay. Ja, vielleicht komm ich da ja wieder mit. Ne? Das Einzige, was noch Gute ist, dass der 24., 28., und der 31. ist das. Stimmt. Ja, und den Rest kannst du nie Tonnen kloppen. Ja, das stimmt. Ja, okay, und der 6. so ein bisschen. Der 6.? Ja, nur. Dezember. Ich bin da. Boah, Junge, 6. Dezember. Ach ja, das hab ich mir auch wollt. Ich hab mein schon bekommen. Ein Arschloch. Arschloch. Ich könnte mal mein Steg da rausholen. So, was soll ich denn noch bauen? Mir fällt grad nix mehr ein. Fenster könnten wir mal machen, aber dafür brauchen wir Sand. Arschloch. Weißt du, ich bin auch so dumm, ey. Äh, ja. Bau mich hoch, weißt du, und fahr in das nächste Loch wieder rein. Fahr wieder rein. Alter, wo geht's denn hier hin? Hm. So, neu. Ich glaub ich das hier mal raus. Ach, ich muss erst mal nach Hause, weil... Ich hab... Kein Dingsbums mehr. Hast du nix mehr? Keine Spitzhacke mehr. Hogi. Und meine Sache will ich mir nach Hause bringen, zu helfen sozusagen. So. In Schloch gefallen, scheiße! Dun, 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 dun. Was ist denn da jetzt hier alles reingetan? Da hinten in der Ecke? Ah, was hat denn hier alles reingetan? Wir wollten doch sortieren. Ja, sortier mal. Weil... Jaaa! Dafür brauch ich mehr als Kisten. Das kann ich ja nicht sortieren. Oh mein Gott. Das kann ich nicht sortieren. Jaaa! Na gut, ne? Dann würd ich sagen... Machen wir manchmal das Volkenpäuschen, oder? Naja, wir können ja noch mal ein bisschen machen. Machen wir halt lange. Ja, wollten wir ja diesmal ja sowieso mal... Als bisschen Entschuldigung so... What the fuck? Warum sind hier fliegende Kisten? Ich dachte, du willst die wieder zusammenbauen. Nö. Davon war nie die Rede. Davon war nie die Rede. Nö. Spinne, ey. Komm, sieht doch lustig aus. Diamanten. Es wird ein Licht. Ja, das ist doch eigentlich mal ein ganz schönes Ende, oder? Ich geh erstmal zum Strand. Also ich guck mal, wo der Strand hier ist. Na, irgendwo ist bestimmt Sand. Wächst ja sonst auch nach, ne? Wenn du's abmaust. Ach nee, das war was anderes. Sand. Da vorne war's was, genau. Ich nehm mal kurz ein bisschen Sand mit, ne? Da können wir mal ein paar Fenster machen. Jo. Ficken. What does the fuck sind? Von wo? Von wo? Hast du das? Was? Du Aschloch, Alter, ich kann das nicht. Was denn? Du hast mich abgeschossen, Alter. Alter. Was denn? Mit dem Boden. Wie, ich? Ja, du überhaupt nicht. Fühlst du schlecht zum Schießen. Jaaaa. Hallo. Boah, Junge. Ich dachte, du bist gerade ein Schaum. Was? Ja, du siehst doch aus wie ein Schaum. Hm. Mit meinem roten Skin, ne? Äh, mit meinem schwarzen Skin, ne? Bist du ja so ein Lackaffe bist du ja. Na klar. Ich mein, ich hab meinen selber gemacht. Ey, ich hab noch Finale. Mit dem bin ich zufrieden. Mit dem bin ich zufrieden. Ein, ich bin nicht ein ziemlich großes Arschloch. Aber, zu. So, könntest du jetzt hier mal ein Schaf holen? Was? Ich, ich scher grad scharf. Ich hab mir grad eine Schere gemacht. Ja. Na dann ist auch gut. Hauptsache wir bekommen jetzt hier mal welche. Äh, was hab ich jetzt? Ja. 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 Hallo, ich bin echt tot! Ja und? Ist das mal ein Problem? Hallo, ich muss mal kurz was bauen. Haben wir noch irgendwo Seide? Da mach ich uns mal eben zwei Betten her. Für dich gibt es nix mehr. Du kleiner Stück Scheiße. Du hast mich kaum eben ausgespürt. Wie kann man nochmal Was weiß ich? Wolle machen. Aus Seide. Oh, bist du behindert? Alter, du bist behindert. Ich glaube ich spinne mein Schweinfeil. Mein Schwein... Mein was, mein Schwanz? Mein Schwanz pfeift. Hat niemand gehört? Mein Schwanz pfeift. Der Schaf ist schon wieder scherbereit. Oh, das ist wieder richtig geil, der Schaf. Oh, deshalb hab ich's geschlagen. Das macht dich heiß, ne? Oh, der ist so'n richtig gelles Schaf. Ha! Jetzt noch so'n richtig gelles Schweinchen. Von Schweinske. Nur leider sind's hier keine Kühe. Und Hühner sind immer so eklig. Die sind immer so haarig. Da kleben die Feder überall dran, weißt du? Piep. Piep! Erstmal sensieren. Das Video ist ab FSK 18. Weil du das jetzt gesagt hast, hört die NSA zu. Und deswegen sagen wir nochmal ganz oft Attentat. Das hast du jetzt gesagt. Ich bräuchte mal eben 6 Holz von dir. Ich hab kein Holz mehr. Wie du hast kein Holz mehr hier sind, Kamp? Mit wie baue ich hier eigentlich? Mit nem guten. Der grad hier was scheiße gebaut hat. Ah. Hm. Komm, ich hab hier wenigstens was vernünftiges gebaut da oben. Überdachtung. Mit Überdachtung und... analsex! парotzig mendicht. Wow, gleich so ne richtig geile Rosine futtern, ey. Toll. Das wird nach dem os. Und Навhotesen holen wir gleich nen Döner. Döner! Macht schöner Wollen wir dich auf den Advents? Ich mag noch gehen Bist du verhindert? Hallo, wieso nicht? Ich lauf nicht mehr Seitdem du mich vorhin vom Fahrrad geschüppst hast Ich hab dich nicht vom Fahrrad geschüppst Nein Ich wärst ja auf die Fresse geflogen, Alter Ich bin du Und warum? Weiß ich nicht, weil du kein Fahrrad fahren kannst Alter, toll Weißt du, du fährst auf einmal vorne bei mir rein Vorne bei dir rein, ja Na, wir fahren nämlich in eine Richtung Und deswegen fahre ich vorne bei dir rein So, aber wir müssen glaube ich gleich mal beenden So, warte, lass mich eben die Betten noch machen Lass uns eben noch schlafen Also, nicht mit anderen Du denkst mir nur an Scheiße, ey Du hast nur Kacke am Kopf Denk ich gar nicht Ich denk nur positiv Liebe Freundchen Nein Wo wollen wir denn unser Demo in Ziel zum Schlafen aufrichten? Da, wo ich gebaut hab, den einen Raum Warte Nach dem da unten, ja So, vernünftig, so, ja Ich wohne in der U, weil die Türen schließen selbstständig Die behindert, ey Hier muss man hochhüpfen Welche obere Tür schließt automatisch? Toll, und mein Bett? Ja, warte Dann machst du aber noch nix Du schließt nur das Bett hin Hier Ja, gib her Das ist dein Bett Warte, wenn du mir Glück Oh, hier ist ein Hut Jetzt bist du dagegen, gerade, du Arschloch Was ist? Wir hätten Glück gehabt Wenn wir zum Schlafen mal nun gehabt Bitte schön Jetzt hab ich Knochen, Alter Knochen Du kannst nur nachts schlafen Sorry Boi, Junge Junge, ich will dich nicht schlagen Ich will das hier ein bisschen symmetrisch machen Das sieht voll pucky aus Das ist wieder der Nachtschrank Kann man nicht irgendwie noch vernünftig einen Nachtschrank machen? Du kannst nur nachts schlafen Hab ich auch schon gerade gemacht So, ich mach's wenigstens ordentlich gleich in mein Bett Wie denn? Guck zu unten, ja So doof Geht er weg, Alter Das geht nicht Ja, so geht das Boi, Junge Weiter, so wolltest du es haben, ne? Behinder das hier Doch, so geht's Ne, ist okay, ja Ach ja, stimmt, so geht's noch in den Nachtschrank, genau Kann man die im Inventar, nee, hast du, hast du die oben schon gemacht, ne, ja, ne? Ja, willst du welche haben? Ich hab hier gerade welche Ja, ich hätt gern Einen neben der Eck mal im Bett kannst du einblenden, direkt, klar, so Hier in der Eck Da, da Ach gut, dankeschön Das ist doch schön, ne? Da kommt hier so noch ein Ding Ja Der feine Heer breitet sich mal wieder aus Ja So wie es sein muss Da kommt nachher noch so ein Bücherregal hin Da so Ja, da so bis Da Ähm Die kommen mal weg Wie glaub ich denn davon noch drei Können die jetzt anfangen zu brennen, ne? Gut, das war nur bei Lava So Ey, wir hören jetzt hier aber glaub ich mal auf Ja, warte kurz, ich will mit meinem Schaf noch irgendwie ihm grad ficken Und dann will ich dir noch was cooles zeigen Was ich jetzt vorhabe Weil Ich, was du kannst, kann ich schon lange Was denn? Ich schür deinen Kopf jetzt Ey Geht das eigentlich? Ne, geht nicht Was willst du denn? Da durch Geht doch einfach mit mir durch Hallo Ja, ich guck dir auch in deine Augen Äh, in meine Augen Wir müssen hier irgendwie noch einen Pool machen Wir müssen hier irgendwie noch einen Pool machen Einen Pool? Ja Ja, da weißt du, wie es nicht wieder geht, ne? So, ich leg mich erst mal schlafen Ja, tue ich jetzt auch Ich muss noch mal eben kurz mein Bett gleich noch angucken Wenn wir mir schlafen gelegt haben, okay? Aha Ich muss auch Tee drücken Ah ne Wie findest du mein Bett? Dein Bett? Willst du auch ein Doppelbett haben? Hier, bitteschön Ich hab dein Bett jetzt übergeworfen Oh, ich muss so schnell was fressen und dann Aber dann muss ich mal der Gefeigende her ein bisschen Naja Erstmal ausbereiten Ja, na klar Wollten wir nicht irgendwie jetzt mal Schluss machen? Ja Die Folge ist jetzt glaube ich so 40 Minuten lang oder so Scheiße drauf, haben sie was zu gucken Haben sie was zu gucken Ja, haben sie was zu gucken Ja, ne Missions möge halt Ja, also das war jetzt mal ein Eine Spezialfolge für euch Weil wir so viel Ja Wo Lust hatten heute mal Also grad zumindest so Ja Hatten wir echt grad die Lust Ähm Ja Ja Also ich wäre bereit Ja Ich baue noch kurz hier wieder ab und dann wieder Ich baue mal kurz eben So und dann Das 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 andere Bett Das sieht so behindert aus Du siehst behindert aus Nein Nein Und dann Und dann Ja Tschüssi Koffi Tschüssi Koffi Tschüssi 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 Tschüssi